LOL, 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 LOL Ja Freunde, ganz kurzes Infovideo, am Freitag um 19 Uhr zocken wir eine Runde League of Legends Wir sehen das hier ganz schön im Bild, dadadada Das spielen wir im Stream, ich spiel's komplett blind, ich hab's noch nie gespielt, ich hab mal ein bisschen toter gespielt Das hier allerdings noch nicht, deswegen Freitag 19 Uhr im Stream Und wenn wir keinen Bock mehr haben, spielen wir dann nach Isaac oder Minecraft Je nachdem wie es so läuft, ich kenne dieses Spiel wie gesagt nicht Wenn ihr dabei sein sollt, wie ich feile, wie ich wahrscheinlich auch beleidigt werde in den Kommentaren und so weiter Freitag 19 Uhr auf Twitch Den Link gibt's hier unten in der Beschreibung Ich hoffe ihr werdet alle da sein und wenn ihr mir noch nicht folgt, drückt auf Follow Wir sehen uns am Freitag, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, ciao